und wir gehen wieder zurück zum kesselberg hätten uns auch ein bisschen schutz kaufen können naja aber so haben wir die ganzen kohle pokémon hier so beleber hier scheint es nicht weiter zu gehen oder doch doch scheiß doch doch ich jetzt will scheiße es geht hier doch die doch und schuss radikal ich habe keinen bock auf tisch hyper drank drank immer diese wilden pokémon die nichts taugen ich sag's euch nehmt euch schutz mit hier geht es runter ein klein stein alter lasst mich doch mal alle in ruhe hi amen hd abonniere mich dann haben wir beide was von so hier geht es nur runter nein ich möchte nicht mit dem kämpfen zu bad verpiss dich so ach man ich hole den schutz hey randalf ja nett dich kennenzulernen streber urban möchte kämpfen ich dachte wäre randalf hi nein ok gut dass wir dieses problem gelöst haben danke für den abonnement gott das ist doch eine verwinkelte scheißhöhle hier ist echt kacke am dampfen und da oben geht es nicht weiter oder nein noch ein nugget gefunden noch ein chicken mac nugget flag man ja ich weiß ach komm mal der radfraß hau ab nee hier geht es tatsächlich so nicht weiter wie ich sehe nein ich sehe nicht einen Weg ich weiß nicht den Weg du kennst den Weg? nein du kennst den Weg? nein ach alter schluckschnecken motherfucker wir nehmen wieder den mittleren Weg und surfen mal so ein bisschen rum hier ach nee halt da 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 kaskade kaskade ja kaskade kruste kann es nicht erlernen was das denn für ein bullshit surf mein kind und schluckschnecken und schluckschnecken achso oh das war ja toll hintere hülle obere hülle nani jo urban achso die rufen sich anscheinend zu obwohl sie auf verschiedenen stockwerken der hülle sind es macht sinn auf jeden fall also wer das so programmiert hat dem würde ich gerne mal die hand schütteln ach wir haben ja unser swag netilo nicht mehr shit oh shit flieg mein kind ja du bist tot das hätte ich jetzt genauso erwartet von dir bibi man bibi ist absolut schlecht wer hätte gedacht dass bibi schlecht ist ich so wir kommen von hier aus auf eine art insel dort hinten hin ich habe ein sonder bonobo sonder bonobo sonder bonobo du bist das du bist das geringste level aber du auch will ich dich haben ich glaube eher nicht will ich dich haben wer will dich überhaupt haben dich will ich auch nicht dich habe ich schon alter was ist denn verpisst euch flucht unmöglich drecksvieh alter amnakoi so musste mal gesagt werden toptrank okay surf mein kind surf verpisst dich radikal so wo waren wir jetzt nochmal da unten das ist auch eine nee gar nicht hä ist die karte falsch lol lol ach komm alter fick dich doch ans knie alter jetzt geh ich auf den sack scheiß radikal tm40 einigler geh mir nicht auf den sack hab ich gesagt nein ist nicht so auf die karte die karte sagt hier liegen noch mehr items hier liegen richtig viele items aber bitte nehmt euch schutz mit nehmt euch bitte schutz mit ach komm ja ihr und euer finale alter ich kriege schon wieder ne krise hier so was sind wir jetzt hier gelandet dort das ist auch eine verwinkelte scheißfühle hab ich schon mal gesagt ich hab's schon mal gesagt naja das ist auch ein ewig langer weg den man hier laufen muss ne es ist so zu heulen es ist so schlimm boah und hier unten geht's ja bloß wieder zurück ja wie alt bist du überhaupt ein mann hd wie schreibst du viel 13 ich war auch mal 13 vor sieben jahren so was sind wir jetzt sind wir da wo wir hinwollten ne genau endlich speichern was ich war auch mal 13 vor sieben jahren 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 Nein. Doch, ich war mal 13. Jeder war... Jeder, der älter... Du warst auch mal 12 oder so. Also war ich auch mal 13. Ich bin 20 Jahre alt. Ich war schon mal 19. Ich war schon mal 18. Ich war schon mal 17. Ich war schon mal 16. Ich war schon mal 15. Du kennst das Spiel. Hey, ich bin der Karate-Meister. Ich trainiere hier alle in den Dunkeln. Du, kämpf mit mir. 140 Abonnenten. Vielen Dank dafür. Haha. Gegen Kampf-Pokémon sind Flugattacken und Psycho-Attacken. Sehr effektiv. Perfekt. Immer gerne. Nico, was? Adi. Du hast mir gerade noch gefehlt. Hat der Rollbraten geschmeckt? Tja, Nok-Chan. Jetzt stirbst du mal ganz schnell. Oh. Wurde gerade sagen. Bibi ist Level 37. Schwarzgurt-Live wurde besiegt. Ich wurde besiegt. Danke. Ich freue mich, dass du dich freust, mich zu sehen. War himmlisch. Ich... Ich bin am Boden zerstört. Ich habe nicht gut genug trainiert. Eine Niederlage ist nun mal eine Niederlage. Das gebe ich zu. Als Beweis für deinen Sieg gebe ich dir dieses seltene Kampf-Pokémon. Jo, wir nennen es... Er weiß den Weg. Okay, wir haben alles, was wir wollten. In diesem gottverlassenen Ort. Fluchtseil, 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 Fluchtseil. Schön. Und wieder zurück. Habe ich schon mal gesagt, dass diese 8-Bit-Mucke mir auf den Sack geht? Do you know the way? Ich mag kein Whey-Protein. So, wir haben jetzt einen... Rabauz. Oh. Das werden wir aber gleich wieder einlagern. in unser Lager. Freilassen. Halt. Mitnehmen. Du magst keinen Whey? Du liftest auch nicht so hart wie ich. Do you even fucking lift, bro? Und dann nehmen wir noch... Wir haben ja keinen Platz mehr, ne? Zweck und Hilo-Hotline-Blingkruste, Bibi-Steven... Und ein Stein. So. Speichern. Und in der nächsten... Im nächsten... Part. Und im nächsten Stream... Machen wir die Pokémon-Liga. Und dann werden wir zum krassesten Pokémon-Trainer der Welt. Wartet mal. Ja, genau. Genau, das ist dann eher genau. Die krassesten Pokémon-Trainer der Welt. Und dann... Ist das Spiel beendet? Nein. Also eigentlich, dann mach ich ne Pause. Und dann mach ich Kanto. Vielleicht auch noch. Ich weiß es nicht. Eigentlich hab ich keine Lust mehr auf Pokémon. Aber... Sagt's keinem. Das hier sieht eh keiner. Also ich brauch jetzt mal ne Pause nach der Liga. Und dann... Werde ich vielleicht noch ein kleines... Let's Play dazwischen schieben. Und dann mit der... Kanto-Region weitermachen. Und dann ist das Spiel aber zu Ende. Endgültig. 100%. Zack. Bumm. Ich fang jetzt hier nicht noch 200.000 Pokémon, weil die... Also ich mach das Spiel jetzt hier nicht voll. Ich mach das Spiel nicht voll. Ich mach das Spiel so wie ich's möchte. Und mit diesen Worten... Sage ich... Danke für 140 Abonnenten. Danke fürs Zusehen. Danke fürs Liken. Danke fürs Klicken. Danke fürs Disliken. Danke fürs Deabonnieren. Danke für eure Zeit. Und wir sehen uns im nächsten Stream wieder und im nächsten Part. Und damit sage ich... Auf Wiedersehen.